Mein Name ist Katrin Kafka und ich komme aus Klagenfurt. Mein Unternehmen? Ich bin Modedesignerin und Schneiderin seit 2011 mit einem kleinen Atelier in der Weyergasse in Klagenfurt. Wie sehen Sie die Rolle des Unternehmers in der Gesellschaft? Wir Kreative sind die Querdenker in der Wirtschaft. Wir stehen für Veränderung und Fortschritt. Unternehmer sind diejenigen, die über den Tellerrand hinaus blicken. Was wäre, wenn es die Unternehmer nicht gäbe? Es gäbe keine Arbeitsplätze. Schon allein die 15.000 Ein-Personen-Unternehmen, so wie ich eines bin, schaffen zumindest einen wichtigen Arbeitsplatz und zwar den eigenen. Der Tag der Arbeitgeber am 30. April. Eine Initiative der Wirtschaftskammer Kärnten.